Mein Name ist Prada Michael, ich bin 28 Jahre alt und leite den Betrieb Tischlerei Prada hier in Städten, den ich 2022 gegründet habe. Unser Fachgebiet ist der Möbelbau im Individualbereich, angefangen vom Eingangsbereich, Garderoben bis hin zu Küchen- und Badezimmermöbeln, gefertigt aus Dekorspan, tonierten Möbeln bis hin zu Lackeroberflächen. Weil man die Kreativität und das handwerkliche Geschick einbinden kann und sich da absolut ausleben kann. Mein Meisterstück ist eine Bar und nennt sich Weinlein. Hier kann man edle Stücke präsentieren und zugleich mit Freunden den guten Wein verkosten. Ich habe das Meisterstück in Nuss funiert, da das Thema Wein die Regionalität trifft und die heimische Nuss bei uns tief gewurzelt ist. Für mein Handwerk wünsche ich mir, dass mehr Jugendliche das Handwerk schätzen und auch mit Freude ausüben und merke auch, dass das immer mehr stattfindet. Als Landesinnungsmeister der steirischen Tischler- und holzgestalteten Gewerbe ist es mir eine besondere Freude, den Siegern des Bewerbs Jungholz 2023 zu gratulieren. Die hervorragenden Stücke zeigen einmal mehr die grundsolide Ausbildung im Zusammenspiel mit Innovationskraft unserer jungen Tischlermeisterinnen und Tischlermeister. Daher ist es uns als steirische Landesinnung ein Anliegen, genau diese Leistungsfähigkeit der jungen Generation vor den Vorhang zu holen und mit der Auszeichnung steirischer Jungholz-Sieger 2023 zu prämieren. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.